und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video für world of warcraft um genau zu sein ein reittier guide ja recht einfach recht simpel wir haben hier die temperamentvolle jetzt lasst mich nicht lügen tempera ja jetzt ist es auch wieder weg so wie es im titel steht der temperamentvolle himmelskralle die temperamentvolle himmelskralle recht simpel zu bekommen sehr sehr einfach also für alle die fahren möchten zu erreichen für alle die ein bisschen gold investieren möchten auch zu erreichen und zwar hier im azurblauen gebirge könnt ihr euch drei futterquellen quasi aneignen das ganze ist das blitzgefrorene eis ich habe die karte leider mit der schocke noch nicht aufgedeckt trotz alledem hat sie dieses reit hier selber geholt weil sie gold aus den taschen gespuckt hat und zwar haben wir das blitzgefrorene fleisch das kriegt man in einem knolllager nirgendwo und zwar bei den koordinaten 58 41 und das befindet sich dann ungefähr hier in dem bereich dann braucht ihr noch 20 also von dem blitzgefrorenen fleisch braucht ihr 20 stück von den tusker dörr vielleicht kriegt ihr von dem knollen in einem kleinen kleinen lager südlich am see bei 31 45 so 31 45 ist ungefähr hier da ist der see und hier ist ungefähr die einen 30 45 und da braucht ihr noch 20 gnollans spezialität des hauses wie kriegt ihr von dem kleinen von den gnollen am kleinen see östlich des flusses der süd öffentlich in der packen feld höhle liegt bei den koordinaten 22 43 das wäre ungefähr hier hier ist der see hier ist an südlich runter den fluss und hier ist dann so ein so eine packen feld höhle und dort solltet ihr dann diese gnollans spezialität des hauses kriegen und geben das ganze steht natürlich unten in der video beschreibung wie das heißt mit koordinaten wie viel ihr genau davon braucht ist ganz simpel von jedem jeweils 20 stück wo gebt ihr das ganze ab wenn ihr das fleisch habt sprecht ihr in dem lager hier oben beim drei feller rund blick im azurblauen gebirge diesen netten troll jahren dem stahlmeister zon owoge der hat wenn ihr das reit hier noch nicht habt eine andere option jetzt nagelt mich bitte nicht darauf fest auf jeden fall müssen das andere anklicken der möchte euch glaube ich mehr über den erzählen und ihr wollt natürlich mehr darüber wissen dann erzählt er euch dass man dieses tier speziell füttern muss und alles drum und dran und dann gibt es zwei optionen einfach mal auch wieder verlassen des gespräches oder halt ihm diese spezialitäten und das fleisch zu geben wenn ihr das gemacht habt kriegt ihr dann natürlich ein reit hier zum aktivieren in die tasche das ist dann dieses nette wesen der temperamentvolle und das ist ein fuchs fledermaus drachen gemisch würde ich es mal nennen natürlich kann dieses tierchen nicht fliegen zumindest nicht auf den drachen inseln das ist dann den drachen vorenthalten beziehungsweise er das gleiten für die normale welt für die alte welt ist dieser drache dann oder dieses temperamentvolle himmels kralle dafür geeignet auch zu fliegen da darf er dann auch fliegen oder darf sie dann fliegen wie er sie auch immer gendern möchtet und ja auf jeden fall sehr 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 hübsch finde ich mit eins der besten reittiere jetzt was ich bisher so gefunden und gesehen habe wenn ich allerdings noch ein paar andere finde wird es dazu natürlich auch das ein oder andere video geben ich hoffe ihr könnt damit was anfangen wie gesagt die fundorte und noch mal der genaue name von dem fleisch und die spezialität steht noch mal unten in der video beschreibung damit ihr das auch wenn möglich auf wo w hat oder so finden könnt ansonsten gibt es auch auf buffett.de einen guide dazu den ich euch auch noch mal verlinken werde ja und fairerweise muss ich sagen ich bin auch daraufhin aufmerksam gemacht worden als ich das bei buffett gesehen habe deswegen quelle ist buffett ich habe es ausprobiert ich habe es gefunden und deswegen möchte ich das mit euch teilen für alle die buffett meiden wollen aber die haben mir das super geholfen alle sachen gibt es natürlich auch wie gesagt im auktionshaus zu kaufen das eine kostet ein bisschen mehr das andere ein bisschen weniger ich habe round bound 15.000 gold ausgegeben aber ich konnte es mir leisten für alle die das gold halt nicht haben wie gesagt gebiete und wie das alles heißt steht noch mal unten in der video beschreibung ich bedanke mich fürs zu sehen fürs zu hören fürs auf maximale lauschen ich wünsche euch viel spaß mit diesem wunderschönen reitier und in der alten welt flug reitier bis dann